Hallo da draußen vor einem Bildschirm. Hallo. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Hör-Trailer-TV. Ich bin nach wie vor angekackert bei Dennis. Ja, also ich habe ja gesagt, Falk, wir müssen einfach, du brauchst wieder mal mehr Content und du kommst mir hier nicht raus, bevor nicht mindestens vier Folgen Hör-Trailer-TV produziert sind. Das heißt, ich bin jetzt schon die vierte Woche hier in diesem Keller eingesperrt bei Wasser, Brot und Retro-Spielen und Hörspielen und Science-Fiction-Hörspielen. Gibt Schlimmeres, würde ich mal sagen. Und heute haben wir euch was Neues mitgebracht, nämlich diese Woche geht es um Retro-Hörspiele, Retro-Hörplay, nämlich John Windham Science-Fiction-Hörspiele und los geht's. Genau, zeig doch mal, was wir hier haben. Wir haben die Treffits und Kolonie im Meer. Und das sind im Prinzip zwei Invasionsgeschichten, kann man sagen. Genau. Also die haben so ein bisschen einen ähnlichen Plot. Wie gesagt, beide vom britischen Autor John Windham geschrieben und sehr, sehr schön hier vom WDR produziert, sehr aufwendig produziert. Jetzt habe ich gerade das Alter nicht. Die sind ja schon aus den 70ern. Aus den 60ern, glaube ich, hier sogar. Wir finden das nochmal raus, aber ich meinte, sie wären aus den 60ern gewesen. Hier, Falk, erzähl du mal über Kolonie im Meer. Derweil gucke ich hier mal nach. Und zwar fangen wir an mit Kolonie im Meer. Da geht es nämlich darum, dass am Anfang Objekte ins Meer stürzen, eben glühende Meteore. Und erst mal wird das eben von der Presse und von den Medien aufgenommen. Aber erst mal passiert nichts. Und dann häufen sich eben die Sonderwarnphänomene, dass eben Schiffe verschwinden. Und das häuft sich immer mehr, dass eben hier einige Journalisten auf die Spur gebracht werden. Ich habe hier gerade den Namen nicht. Eben ein Journalisten-Ehepaar steht hier im Fokus, die eben so ein bisschen aus ihrer Sicht die Handlung so vorantreiben und so ein bisschen quasi aus dieser berichtenden Perspektive erzählen, wie eben erst mal diese Phänomene erforscht werden und wie dann eben sie zu dem Schluss kommen müssen. Da ist auch jemand da, der eben dann sich dagegen wehrt und beziehungsweise einen Raum im Meer eben für sich beansprucht. Es ist so ein bisschen Invasionsgeschichte, so ein bisschen Richtung War of the Worlds. Es ist ein bisschen Richtung War of the Worlds und es hat mich sehr stark erinnert an Frank Schätzings Der Schwarm, was ja auch so ein bisschen in die Richtung, der aber deutlich später kam. Also eher könnte man sagen, dass vielleicht der Schwarm ein bisschen hiervon beeinflusst wurde. Aber eben sehr spannend und schön eben geschildert mit einem Ich-Erzähler, eben der Hans-Georg Fellmy, der eben auch bei den Triffids der Hauptcharakter und Haupterzähler war. Ein bisschen der Ich-Erzähler, das haben sie auch beide gemeint. Und ja, sehr spannende Alien-Invasion-Geschichte. Und worum geht es in den Triffids? Genau, bei den Triffids erstmal ist von 1951 ist der Text The Day of the Triffids. Das gab es dann als britisches Radiodrama 1958 und 1967 die Version vom WDR. Es handelt darum, dass plötzlich auf der Erde so Pflanzen auftauchen, die Triffids. Die heißen so, weil die drei starke Wurzelstränge haben und sich auch bewegen können quasi auf diesen Wurzelsträngen. Also sie können da auch laufen damit. Ihren Ort wechseln. Und sie haben einen Gipf-Pfeil, aber es ist trotzdem für die Menschheit sehr interessant, die anzubauen, weil man aus denen ein super Öl pressen kann, mit dem man tolle Sachen machen kann. Und die Menschen haben die Triffids aber soweit gut unter Kontrolle. Dann gibt es ein großes Ereignis am Himmel und alle Menschen oder fast alle gucken sich das an. Tolles Sternenereignis, irgendwelche Explosionen. Nur einige können es aus welchem Grund auch immer, weil sie besoffen sind oder im Krankenbett liegen, nicht angucken. Das sind die einzigen Menschen, die dann noch eine Chance gegen die Triffids haben, denn alle anderen erblinden. Und die Zivilisation bricht zusammen. Die Triffids brechen aus, aus ihren Habitaten und übernehmen die Kontrolle auf der Erde. Und das ist so ein bisschen Inside-Story wie Zombie-Invasion. So The Walking Dead kann man es ein bisschen vergleichen. Und sie versuchen irgendwie zusammenzukommen mit anderen Menschen, die noch sehen können. Zum Teil versuchen sie, die Nichtsehenden zu schützen und zu verteidigen. Und das klappt halt mal weniger gut und mal noch schlechter. Und es geht eben darum, was man ja auch eben von den Zombie-Geschichten kennt, so ein bisschen auch Richtung, wie kann so eine neue Gesellschaft funktionieren? Lässt man die Blinden komplett zurück? Kann man die integrieren und so weiter? Und da werden verschiedene Anläufe gemacht von unterschiedlichen Gruppen. Und das Ganze dann kann man sich am besten anhören, was davon funktioniert und nicht funktioniert. Ja, und es ist weniger, ich fand bei Walking Dead fand ich es irgendwann anstrengend, sodass die alle nur noch gegeneinander, einfach nur um gegenseinander zu sein. Hier gibt es auch verschiedene Richtungen, die auch durchaus mal gegeneinander kämpfen, aber um den richtigen Weg durchzusetzen und nicht, weil sie unterschiedliche Vorstellungen haben, wie denn die Menschheit gerettet werden kann und eben nicht nur zum eigenen Vorteil. Genau. Man kann vielleicht noch sagen, dass die Trivids noch ein ganzes Eck länger sind. Das sind drei CDs. Das sind drei CDs. Das hier sind zwei CDs. Das hier sind 131 Minuten Spielzeit. Und das sind 207 Minuten Spielzeit, die Trivids. Das ist auf jeden Fall ein großer Hörtipp, leider nicht mehr im Handel erhältlich. Also wenn ihr da noch drankommt, das sind wirklich Klassiker. Deswegen vielleicht der Tipp an die AV, die jetzt diese Edition hier rausgebracht haben, ist vielleicht mal wieder Zeit für eine Wiederauflage. Gerne auch digital. Gerne auch digital, weil diese Hörspiele sind es wirklich wert, gehört zu werden. Das sind tolle Science-Fiction-Geschichten und sehr spannend umgesetzt, auch wenn die Akteure, lustigerweise natürlich auch, weil die Hörspiele wahrscheinlich im Tandem produziert wurden, Cast sind im Prinzip die gleichen. Also Hans-Georg Fellmi ist in beiden Fällen der ich erzählende Erzähler. Und auch die ansonstige Supporting-Crew-Besatzung ist eben bekannte Namen. Ich habe hier noch gesehen, habe ich nicht im Ohr gehabt oder rausgehört. Christian Brückner ist auch hier dabei, ist ja auch ein heute noch sehr prominenter, profilierter Sprecher. Und auch wenn man sagen kann, dass das natürlich alt produziert ist, war das für damalige Verhältnisse extrem aufwendig produziert. Man kann es immer noch sehr, sehr gut hören, sehr schön von den Effekten her umgesetzt. Und man kann das so ein bisschen mit einem alten Science-Fiction-Film vergleichen. Ja, also genau, es ist wie ein Film inszeniert quasi. Und ja, also natürlich, es ist aus den 60ern. Heute würde man manche Sachen etwas anders vielleicht machen. Man merkt, dass es halt ein 60er-Jahre-Film ist, aber ein sehr gut produzierter 60er-Jahre-Film für die Ohren. Genau. Und hier, wie gesagt, aus dem Blick eines Journalisten-Ehepaars und hier aus dem Blickwinkel eines Triffitt-Spezialisten, der eben das Glück oder Pech hat, eben etwas Triffitt-Gift ins Auge zu bekommen und deswegen während der Katastrophe im Krankenhaus komplett die Augen bandagiert hat. Und er hat natürlich schon darüber schon vorher gewarnt und keiner hat auf ihn gehört. Und keiner, der Klassiker, der Klassiker. So, das die Empfehlungen für heute. Und jetzt seid ihr gefragt, was haltet ihr davon? Habt ihr da schon mal reingehört? Und vor allem hat Falk es jetzt nach vier Science-Fiction-Folgen Hörtrader TV verdient, hier wieder losgekettet zu werden. Also, ich glaube, da waren jetzt gute Sachen dabei. Und ich glaube, die Chancen stehen gut, dass Falk mal wieder das Licht der Sonne selber sehen darf. Aber nicht erblinden dabei, Falk. Nicht erblinden dabei. Deswegen auch meine Frage an euch. Gibt es denn Science-Fiction-Perlen, die eurer Meinung nach mal unbedingt gehört werden sollten? Dann schreibt es uns in die Kommentare und lasst uns mal über die besten Science-Fiction-Hörspiele sprechen. Bei nächster Gelegenheit dann hier. Nicht unbedingt in dem Keller. Wir werden sehen, vielleicht... Wir finden schon irgendwo ein schönes Plätzchen. Wir finden schon ein schönes Plätzchen. In dem Sinne, vielen Dank für die Gastfreundschaft im Studio. Sehr gerne. Und wir räumen das nachher noch... Wir sprengen nachher nicht noch alles. Genau, genau. Studio in Schutt und Asche. Genau. Und wenn ihr mehr von dem Studio sehen wollt, dann schaut mal vorbei unter youtube.virtualmenschen.de. Da gibt es hier Retro-Games und Retro-Hardware und so weiter. Und Retro-Hörspiele. Dann vielleicht das nächste Mal wieder bei Hörtrailer TV. In dem Sinne, macht's gut, keep on listening. Euer... Dennis und... Falk. Und dann sag ich Ad Astra. Bis zum nächsten Mal wieder bei Hörtrailer TV. Bis zum nächsten Mal wieder bei Hörtrailer TV.